Einen schönen guten Abend zum Wetter. Der Dauerregen, der in den Alpen die extremen Regenmengen brachte, findet so langsam sein Ende. Die entsprechenden Tiefdruckzentren hier verlagern sich jetzt langsam in Richtung Osten. Aber über der Nordsee steht schon ein neues Tief in den Startlöchern. Und das bringt uns morgen von Nordwesten Schauer und kurze Gewitter. Heute Nacht kühlt es erst einmal ab auf 14 Grad direkt an der See und 8 Grad in der Eifel oder auch an den Alpen. Und hier an den Alpen regnet es heute Nacht noch am längsten bzw. schneit es auch noch oberhalb von 2000 Metern. Und morgen Vormittag lässt dann der letzte Regen an Oder und Neiße und im Südosten langsam nach. Dann ist es weitgehend trocken und wechselnd bewölkt. Im Westen-Nordwesten, da kündigt sich aber mit ersten Schauern schon die Front dieses neuen Tiefs an. Und die kann nachmittags im Westen auch mal für kräftigeren Regen sorgen. Zumal sich da auch vorlaufend über der Mitte schon Schauer und kurze Gewitter bilden können bei einem mäßigen südwestlichen Wind. Je weiter wir Richtung Osten und Richtung Süden schauen, desto ruhiger wird der Tag am Nachmittag. Die Temperaturen sind immer noch gedämpft, bei 16 Grad an den Alpen und 22 Grad am Rhein. Zum Wochenende steigen die Temperaturen und auch die Sonnenanteile zumindest im Süden wieder etwas an. In der Mitte und im Norden bleibt es aber wechselhaft. Und damit auf Wiedersehen. Und damit auf Wiedersehen. Und damit auf Wiedersehen. Und damit auf Wiedersehen. Wir öffnen. Tschüss.